Der mystische Turm Gut, alles klar. Nervt nicht. Oh, Dicker. Take that. So. Erstmal die Knie draußen einsammeln und dann zum Meister. Oh, bevor ich vergesse. Nein. Items, Ausrüstung. Und zwar das hier. Guck mal das an. Wow, so stark. Das sieht auch cool aus. Passt zu ihr. So ein bisschen filigraner, nicht so fett. Ähnlich wie ihr erstes Schlüsselschwert. Alter. Sehr gut. Und tschüss. Zara. Wird ihr erlaubt, mich abzuschießen. Dampf das. Zack. Okay. Uh. Sag mal, haben wir noch ein Video? Nein. Haben wir nicht. Auszeit finde ich irgendwie doch nicht mehr so geil. Ich glaube, ich mache doch was anderes dahin. Was hast du denn? Drücke rechtzeitig Dreieck, nachdem die Gegner gestoppt wurden und teleportiert. Da braucht zwei Slots. Uh. Was habe ich denn jetzt weggemacht? Blitzger. Okay. Will ich lieber das hier wegmachen? Dann mache ich lieber da Blitz rein. Blitzgar. Cool. Alles klar. Rein damit. Eis. Eis gab ich auch. Cool. Also rein damit. Gut. Vitra. Habe ich nach so viel ein anderes? Vitra? Nein, habe ich nicht. Vigra ist schon ausgerüstet. Ist auch ausgerüstet. Gut. Prismarien kann man drin lassen. Ist gar nicht so verkehrt. Kommando Fusion ist nichts. Ja. So. Gut. Hier die Truhe aufmachen. Ich bin mir die Karte. Es fehlt nicht mehr viel. Hochmagie-Formel. Formel für Hochmagie-Kommandos. Die Wirkung zeigt sich bei den Kommando-Fusoren. Es fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir es geschafft. Und ist das Spiel durch. King Mickey! King Mickey! King Mickey! The stars bring me grave news. Master Erakis' star has blinked out. I am afraid that means he has been struck down. The Master? Who is responsible? Master Xehanort and Terra. No! Oh! No! No! That's absurd! Terra would never! I hope with all my heart that you are right about your friend. There are some things even the stars cannot tell me. Where is he? Where can I find Terra? Terra's heart is leading him to the ancient Keyblade graveyard. Where wielders of those weapons once waged war. All right. I have to go after him. And see if it's true. Be on your guard. Terra, then please just be safe. I'll find a way to get you out of this. Du, das ist ein Dimensionslink. So Donald herstellen. Und zu Goofy. Xehanort Bericht Nummer 4. Okay. Der mystische Turm ist auch zu 100% abgeschlossen. Und wir begeben uns nun zum Friedhof. Der Schlüsselschwert. Also zum Schlüsselschwert Friedhof. Hey, hey, hey. Nie zurückfliegen. Bleib hier. Zum letzten Kapitel, Leute. Diese Welt besuchen. Weiter fliegen. Ja, alles klar. Nee. Diese Welt besuchen. Alles klar. Alles klar. Die drei von uns. Wir werden immer wieder ein. Was ist das? Schlüsselschwert Friedhofs. So, die letzte Welt, Leute. Noch zwei Truhen hier. Mega-Trunk. Ich finde, es ist, wenn wir hier herkommen, das ist gleich so eine traurige, bedrückende Stimmung. Weil du weißt genau, was hier abgeht. Hier haben sich eins wahrscheinlich Freunde, Kameraden bekämpft. Bis auf den Tod. Und da ist ein Krötchen. Und da ist eine Truhe. Zack. Es gibt ja noch geheime Bosse. Da muss ich noch mal kurz nachlesen oder irgendwann mal nachlesen, wie ich die, wie ich sie finde, wie ich gegen die kämpfen kann, was ich dafür machen muss. Und das werde ich euch dann noch natürlich noch zeigen. Wann es sein wird, kann ich euch nicht sagen. Schreibe ich dann. Ich hoffe mal, im Anschluss dieser Folge oder der nächsten Folgen halt. Ja, komm rein da. Kannst du sowieso nicht mehr kommen. Ich weiß hier, Mann. Zack. Machen wir mal das hier. Oh, shit. Ist stark. Na, Jungs? Ist alles klar? Zack. Feier. Äh, geht's auch hier? Nimm das. Wutz. Schattenspringer. Uh, das ist statt, äh, Klingelnaufer. Alter, Fille. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Ist jetzt Klingelnaufer besser oder Schattenspringer. Nee, hör auf. Take that. Können wir gleich mal kurz angucken. Hui. So. Ist bestimmt hier. Nein, doch nicht. Ich hätte es schwören können, dass es das gewesen wäre. Oh, das ist es nicht. Wo ist das ausgerüstet? Wo ist denn das ausgerüstet, diese Fertigkeit? Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wo ist denn das? Rache-Sturz, Rache-Sturz. Guck mal, da hat es hingab, die habe ich zweimal. Ich weiß nicht, wo das jetzt ist, wo das liegt, wo man das sich angucken kann. Nee, hier nicht. Fertigkeiten. Guck mal, das habe ich jetzt zweimal. Nee, hier nicht. D-Links. Sind alle an. Nicht einmal aktiviert irgendwie. Ah, hier, das hier. Schattenspringer. Schattenspringer schaltet sich frei, wenn du bereits einen Kommandostil hast und Magnet, Blitz oder Konter. Konter raus, Kommando einsetzt. Okay. Ah, und bei dem ist Feuer, Eis oder Schlag. Kommando. Verstehe. Okay. G-Impuls. Ja, ja. Basis-Werte. Gut. Okay, dann weiß ich. Weiß ich Bescheid. Komm mal her. Riesendinger. Ja, kannst was zum Fliegen. Machst du abdauen. Gute Nacht. Das ist so schwer zu schätzen. So stehe ich jetzt genau vor dir oder nicht. Ja, was ist eine fette Sanddur? Komm mal. Nimm was. Wurde zu Magieimpuls 2. Sehr gut. Ich hasse es ja, wenn du nichts siehst. Geht's eigentlich noch? So, dann das, Mann. Wir machen Vollga. Wenn wir die Klinge aufaktivieren. Zack. Hör auf. Blitze rutscht so ballern. Geht's noch? Wow, diese Stiefel. Stiefelriemen. Der blockt die ganze Zeit. So fies. Alter. So, gleich mal bitte kurz mal stehen hier, ja? Obwohl sie so groß sind, ey. Sehr gut. Sehr gut. Oh, wie nervig. Wee. Komm. Wee. Next one, please. Ne, ne. Erstmal lass mich das auf, hier. Zack. Dann hol ich ab. Ciao, Mann. Dass du schneller bist, ey. Das ist so frech. Boah, ich hab schon wieder diese Genossen. Das ist ein ganzer Schissner. Boom, nimm das. Lass mal heilen, weil ich's kann. So, nimm das. Freeze. Jetzt müsste ich in die Ding springen, gell? Nee, Feuer, Eis und Schlag, war das. Jetzt komm ich trotzdem in die... Die klingen auch, ja? Das ist so nervig mit denen, ey. Geh doch da. Höre doch und schlag doch zu. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, na, na. So. So. Gotcha. Na, hier, nochmal. Spare dich. So. Wunderbar. Und jetzt noch dich. Habe ich einen erwischt? Jawohl. Leider nichts. Getroffen, weil er so weit oben ist. Yes. So, jetzt hörst du mal auf hier. Das gibt's ja nicht. Wieder nicht getroffen? Das gibt's doch gar nicht. Hey, Jungs. Wenigstens einen erwischt. Ja, hab ich. Nimm das, Mann. Zack, zack, zack. Ja. Nochmal, komm. Oh, das ging voll daneben. Ja. Gute Nacht. Dämlicher Stiefel, Mann. So, next one, please. Das ist so nervig mit diesen scheiß Wirbel. Boah, wie das sind normale Regler. Feuer. Jawohl. Oh, ihr klein. Das regt viel ich ja. Kass euch. Enough. Boah, sie geht ab. Das. So, jetzt müssen wir wieder zu Klingenaufer kommen. Doch nicht. Vielleicht weil wir im falschen Stil waren. Bin mir nicht ganz sicher. So, was wollen wir nochmal? Ich bin auch zum Starten Springer. Was war das denn? Wow, wie langsam du bist. Ganz schön dumm. Was müssen Sie so langsam? Soldat, verwirrt mich. Hopp. Oh, irgendwo eine Truhe für mich. Irgendwo eine Truhe. Da. Oh Gott, der Sturm kommt. Ich gehe frei. Hallo, Jungs. Ne, ne, lass mal. Thunder. Was war das? Noch eine Konter, gell? War das? Aua. So. Es müsste eigentlich aktiviert werden. Jawohl. Schattenspringer. Zack. Ach, sehr geil. Bam, 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 bam. Die zwei haben es gerade umgehauen. Ja, 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 ja. Erstmal kurz da. Gut lacht. Daneben. Komm, greif mich an, ich will kontern. Greif mich an! Da bist du. Dumm. So. Naja, machen wir dich halt so kaputt. Ohne Schattenspringer. So. Da hinten, glaube ich, war noch eine Truhe, oder? Ja. Ja, dann nehme ich halt mit. So. Wir haben halt den Staub. Aber warm. Sehr gut. Gute Nacht. Das war ohne Magie. Einfach mal zusammenkloppen alle. Ja, cool. Ein bisschen Magie, schade viel. Klick mal hoch. Donnerschlag, sagst du? Wunderbar. Wie er einfach alles geblockt hat, die Trexer. Und das. So, und jetzt gibt er das hier ab. Obwohl du hinfliegst, man. Ich kann dir das blocken. Das ist so freig. Na, du Lamsai. Ich halte nicht mal so lang. So. Magie gestiegen, Abwehr gestiegen. Sehr gut. Wollen wir schön hier leveln. Dann wollen wir zum letzten Kampf gehen. Wunderbar. 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 Donnerschlag. Wunderbar. Wuhu, wuhu, wuhu. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Ach so, Magie soll dich schon irgendwo mal einsetzen. So. Wunderbar. Genau das. Gegen die zu dicken ist es halt echt dumm. Nimm das. Hier ist ein Einlass vorweggehauen. Schön heilen. Hier mal hoch, Jürgen. Da kannst du nichts blocken. Da geht alles durch. Deswegen mag ich diese Fähigkeit. Die ist so cool. So praktisch. Ich glaube, ich öffne noch die Truhe hier. Wuhu. Megatrank. So, was ich noch machen wollte. Ja, ne, ist okay, oder? So die Aufteilung. Ja, oder? Oder soll ich irgendwas wegmachen? Ach, ne, komm, ist ganz gut. Ist doch gut. Da ist nichts mehr. Hier was Neues. Nichts, was interessant wäre. Gut. Dann. Würde ich sagen. Auf geht's. Da, 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 da. Speichern. Uuuuh. Uah. Der letzte Kampf. Guck mal, die Krone da oben. Kriegen wir die? Komm, wir sind weiter oben. Ja, wir würden's schaffen. Aha. Seifenblasensticker. Easy. Äh, gespeichert haben wir. Mogel, wir brauchen wenn nicht, aber... 혁... G-g-da-pada-pada... Warte mal. Aha. Ja, geht auch noch so Stufe 4 noch. Da habe ich nicht 4. Hm, was? Ich wollte eigentlich jetzt gucken, wegen... Genau, wegen Fertigkeiten. Gut, das ist alles aktiviert, ohne dass ich irgendwas ausrüsten muss. Ja, wunderbar, dann auf geht's. Wir haben wieder diese geile Sequenz. Ich war gespannt. Ich war gespannt. Ich war gespannt, dass der Master gestalt wurde. Ja, das stimmt. Ich war dumm und habe Zeynort gemacht. Der Master, er versucht zu schrauben Ben. Ich habe nur geglaubt, weil ich ihn wollte. Ich wollte ihn schrauben. Aber ich wurde schraubt. Zeynort hat das Ganze geschlossen. Also, er konnte sich in der Dunkelheit in mir wachsen. Du bist richtig, Aqua. Und so war der Master. Ich musste mich beobachten. Ich ging weg, aber nicht mehr. Was noch ist die Dunkelheit, aber das Schmerz und Schmerz? Zeynort schützt die Dunkelheit in dir. Sie machte dich kämpfen. Du wirst wieder weg. Du bist wieder weg. Sag mir. Wie ist das, dass das unsere Schmerz der Schmerz, Terra? Xehanort möchte mich und Vanitas zu kämpfen und machen eine Art Keyblade. Aber der Master sagte, dass wir das nicht passieren können, und er versucht mich zu zerstören. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber es schützt mich zu sterben, sogar nur das Gefühl. Entschuldigung, Mann. Wir sind hier, und wir werden dich ausfüllen. Ich werde dich ausfüllen. Ich muss mich gegen Vanitas zu kämpfen. Wenn ich das mache, Leute... Ich möchte dich... Die drei von uns niemals werden können, okay? Ich werde immer ein Weg finden. Ich werde dich fragen, wie ein Freund. Nur... ...ein mir ein Ende. ...ein mir... ... 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